Ich habe es natürlich vernommen, ganz klar, und finde das in der Art und Weise natürlich auch nicht so richtig. Wir haben immer auf Vertrauen und auf Kommunikation gesetzt. Das war für uns in unserem Führungsspiel immer ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wir wissen schon auch ganz genau, wir selbst, wie wir mit jungen Spielern kommunizieren müssen, wie wir sie begleiten müssen. Ich glaube, die letzten Jahre haben wir das immer hervorragend auch geschafft. Von daher war das sicherlich in diesem Falle nicht sehr erfreulich für mich. Wir haben heute, der Oliver und ich, natürlich auch schon eine sehr detaillierte Analyse von dieser WM vorgenommen. Wir haben die letzten Wochen ständig daran gearbeitet. Wir haben uns mehrfach auch getroffen, das Trainerteam, und haben diese WM nach und nach analysiert. Ich habe allen Spielern gesagt, dass es für sie selber auch mal wichtig ist, einfach mal in Urlaub zu gehen, ein bisschen Abstand zu gewinnen, Ruhe zu haben und sich auch Gedanken zu machen. Das Thema ist natürlich auch ein sehr sensibles Thema. Ich werde jetzt, ab jetzt dann auch die Gespräche mit den Spielern suchen, werde mit den Spielern diese Gespräche auch führen, in aller Ruhe, und dann werden wir auch Entscheidungen in personeller Hinsicht dann eben auch treffen.